Ah, da war's weg. Oh, jetzt hab ich schon wieder vergessen. Da hin. Mach da doch einfach noch ein zweites Set, wo du das gleiche drin hast und andere Granaten. Habe ich ja sonst immer. Ich muss mir gar ein anderes Set machen noch. Alter, das Licht geht an wie eine Ratte aus dem Aqueduct weg, ihr sagt. Oh, hier mit Nemesis kämpfen, ey. Boah, das wär so cool. Das wär richtig geil. Oh, ich kann das gar nicht. So ein Package. Leider hat die Granate nicht verschwendet. Oh, na scheiße. Sag dir, an solchen Dingern entdeckungsurgen ist sinnlos. Wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich wollte die Granate werfen und hab aus Versehen auf F gedrückt. Auf einmal klatscht er sich gegen die Wand und hab ich gedacht, da kannst du eben die Granate werfen. Oh, ja, das hätt ich auch schon so oft. Ja, und dann kam auch schon die Kugeln angeflogen. Ey, ich hab so ein komisches Kugeln am Hals, ey. Ich weiß, wie's weggeht. Entschuldigung. Aber Vanessa ist weg. Echt? Ja, die ist grad vor mir verschwunden. Das ist ja wieder ein Zweifelses. Warten, warte, fang immer die gleiche Scheiße. Curry, auch du bist doch schon. War nicht im Dorf. Auf. Sorry, doch, du machst du. Was ist da hinter mir? Ich hab dich jetzt nicht mal gesehen im ersten Moment. Von hinten. Ja, aber im Discord ist sie noch da. Sie schreibt, sie ist gleich da. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, irgendwas passiert oder so. Sie ist gleich da. Achso, sehe ich gerade. Ja, möglich. Ach, Curry freut sich. Können wir dann nach einer kleinen Aufnahmepause machen? Schnauze. Alter, wo ist der, wo ist der kleine Heckenpenner? Ich find das, boah, Alter, wie viele die hinterherlaufen, ey. Oh nein, ich hasse mein Leben. Das sieht echt lustig aus. Hilfe. Hast mich in Ruhe. Ich muss niesen. Scheiße. Oh, das ist natürlich jetzt richtig toll. Das ist unteut. Oh, merci. Und ich weiß nicht, wie viel von, aber ich weiß, 1, 2, 3, 4, also 4 auf jeden Fall. Ah, ich kann nochmal von umzählen. 1, 2, 3, jetzt sind sie miteinander. 3, 4, 5, 6, 7. Das war echt viel. Hier ist der Gemma kaputt gegangen. Hat jemand, glaube ich, reingeschossen? Oder wenn ich so ein Gemma-Granate schmeiße? Nein, ich hab drauf geschossen. Okay. Ich wollte auch sagen, ich bin angeschossen worden. Oh, unentschieden. 1,5 zu 1,5. Oh, beide tot. Oh, ist doch auch... Ah, hast du gut gemacht, Zebiet. Glück. Ja, frag mich wirklich so gut. Er rette nur panisch über die Map. Ich wollte nur noch weg von den Katzen, Jan. Ich hab auch noch auf die Hunde mit drauf geschossen. Glück. Nein. Oh, meine Nase läuft. Ich weiß aber nicht, wohin. Das wollte ich jetzt tatsächlich mal nicht fragen. Ausnahmsweise wollte ich das nicht fragen. Ja. Curry, 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 Curry. Der sieht uns eh gleich aus. Ja, hat uns schon gesehen. 100 pro. Curry. Komm. Komm, Leckerchen, komm. Komm, Leckerchen, komm. Curry, 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 Curry. Der ist oben im Haus drin. Ja, echt. Herzlich mal. Da bin ich endlich. Hallö, Grüe. Hallö. Einer von euch ist oben im Haus drin. Ja klar, er hat mich gescannt. Ach so. Da ist aber einer im Geweck. Curry, 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 Curry. Curry, 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 Curry. Komm raus. Komm raus. Komm raus, komm raus. Wo immer du bist. Das ist echt gute Frage, ey. Alter, der hat sich doch eingebuddelt. Alter, wenn einer im Haus von euch kommt, der andere im Turm, ist klar, dass ihr mich nicht findet. Einer habe ich ja von euch schon markiert, den anderen habe ich gerade da oben gesehen. Leute, in einer Minute drei, die wird es unfair. Curry, 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 Curry. Ja, lass uns unfair werden. Curry. Mein kleines Curry-Chicken. Curry-Chicken. Okay, jetzt kann ich mich auch bewegen. Boah, scheiße. Spannendste Aufnahme, die ich jemals hatte. Die war cool. Ich hockte nur in den Busch und habe gewartet. Aber ihr seid ja nicht einmal auf meine Seite gekommen. Ich hasse dich. Hat ja schon wieder sechs Kills, ey. Unglaublich. Ja, ich kann ja auch doppelt so viele Kills pro Runde machen wie ihr. Stimmt. Ich glaube, ich mache jetzt ganz klein. Komm, wir machen jetzt den hier. Und dann den. Und dann den. Und danach machen wir den. Und dann ziehen wir uns so zurück. Aber immerhin wieder zwei versus zwei jetzt. Kann ich auch etwas aggressiver spielen. Ja. Kann ich auch wieder etwas aggressiver spielen. Aber nur etwas. Ja, nur etwas. Ich muss ja trotzdem noch gewinnen. Boah, fick dich! Was zur Hölle? Ja. Das ist gut. Balessa? Aha. Siehst du das auch so auf der Karte, wie ich das gerade gesehen habe? Ja. Sah irgendwie sehr bizarr aus, jetzt wie die standen, ne? Ja. Nicht mehr laut, Junge. I know what I'm doing. Geh doch. Ich wurde nicht von dir getötet. Aber wie schön. Aber wie schön ihr gerade nebeneinander standet quasi. Ja, er stand wahrscheinlich unter mir. ja eine im haus der andere daneben ich hatte so ein rahmenproblem da oben ich habe eine neue taktik aufgestellt die werden wir jetzt genau so an wie ich sie geschickt habe ok ok ist hier scheune das habe ich als ein gerücht das war der rabe nein cp um mich anzuschränken musst du dich mehr was um mich zu kill muss ich mir anstrengen ja toll erst habe ich auch vanessa geschossen dann habe ich aber ins holz geschossen wollte nachladen da kommst du nur um die ecke ich wollte den jammer der da liegt mir hat so ein hund der den jammer zerfickt also das war jetzt genau aufpassen den 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 jetzt kam ich nicht bis zum ende ja gut dann freue ich dir mal mach mal los gezeigt keine ahnung mehr was ich eingegeben habe ja ist aber schuld für ihren kürzern doch springt runter den tor wir haben uns wieder gegenseitig ausgeschaltet ja muss das mal hinterher wenn ich die videos wenn die bearbeitet werden ich zähle das mal mit das ist heute nicht wenig gewesen war mein armes handgelenk aber vor allen dingen egal auf welche distanz bum bum beide tot entweder genau gegenüber oder einmal so halb über die karte die stadt hat zu viele runde schlimmer als berlin hier tja immer noch kein krill durch mich ich mag es wenn jemand gefressen wird der peter zwei krill sieht man alle am pumpen was soll das jetzt in sekundentakt will ich mag es ja hier gibt es ja nicht zu heißen sind da ja natürlich wird er darauf gehalten ja das heißt vanessa kriegt jetzt wieder ein kill wenn ich sie sehe und ich kriege in kill ich war das meine so war sie das ist curry hier lag sie bei mir hier wo wir mal aufs dach klettert und dann haben wir versucht uns gegenseitig abzuschießen und ich habe nur drauf gehalten und den einzelschuss gemacht nein dreifach schuss weil die pistole nichts anderes konnte was soll ja die mit der bist du wieder vergessen was war das denn egal oh schade diesmal starb sie einsam gelegentlich auch mal du bist auch schon einsam gestorben ja ich war es häufiger schon auch gerne mal durch mich ja top ihr seid mir nicht sauer wenn ich in österreicher übrigens komplett vergrault habe wir haben es gelesen können wir an der scheude da bin ich doch gerade letzte position dürfen wir ja richtig ja ja richtig solange wie du das bild selber im spiel sie so nicht von der karte abliest so in dem sinne ich glaube ich komme beim frank vorbei um die videos hochzuladen der schießt auf mich ich habe nicht auf dich geschossen mal richtig schießen konnte ein hund oder ist das die peter jetzt sieht das so ähnlich oder ist es beides oben oben hat kaputten jammer hat nicht mehr viel ist markiert durch raben gefickt niederlage so kommen eine runde noch dann erst mal eine kleine aufnahme pause so zwei drei vier fünf minuten ok ok was zu trinken holen aber pissen gehen druck von der seele baumeln ne da war ich ja gerade erst aus der zahl sie müssen wir uns am tisch aufwischen eben was bist du so ruhig war das eigentlich ich bin doch gar nicht ruhig doch gute menschen ich bin ja ehrlich ich genieße es dass der österreicher gerade nicht dabei ist weil ich hatte heute irgendwie auf den ersten haussträhnen keine ahnung jetzt muss ich wieder mit franken lassen wir nachher aufnahme machen nehmen auch mal interessieren wann das kommt jetzt bei mir dann habe ich muss dann können jetzt wieder genau und ja hast recht so genau das hat aber gleich kurz drüber philosophieren in der pause gleich ja oh gott und curry wenn ihr eure waffen anpassen da habe ich schon ich brauche mal nicht mehr anpassen vorhin die zwei kills von mir in der villa die waren richtig geil wo ich mich einfach versteckt habe und zwei auf einen schlag ich bin auf die drauf gesprungen ich habe dich nicht gesehen dann ging die tür leider nur so langsam auf der volle tot auf der anderen seite war ja muss man ja nicht nachlaufen ich war auf der seite der tür wieso lauf ich dann nach voll perfekt hatte ich zwei fases auf einem fleck aber gut war sehr schön geschossen ich hab dir meinen arsch gezeigt ich hab dir meinen face gezeigt ist nicht so dass ich dir in dem moment einen arsch wegbeißen wollte aber es war gut nicht schlechter ja mein arsch ist übrigens nicht rot heute ist die schießen dürfen mal gut danach war ja rot aber er war vorher nicht rot eine schöne runde voreinstellung das fängt schon wieder an lasst uns ein spiel spielen 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 okay hundertprozentig dass sie unten oder oben vor der tür rum hocken einer ist im tunnel war nicht mehr im tunnel läuft durch die lobby läuft nach oben kein jammer mehr tot wie ist der die jetzt so schnell hochgekommen wir warten unten niemand ich bin immer noch und einer von uns hockt noch am sporn ist das linke bein eingeschlafen aber warum habe ich dich mit dem jimmer nicht gewischt bist du sofort zurückgegangen ich glaube jetzt hat einer oben bei uns durch die links gelaufen ich glaube dass einer bei der leiter bei uns what the fuck das ist so behindert ist das jetzt mal ernst aber ganz im ernst wieso ziel genau auf dich zuläuft besser läuft voll an mir vorbei als wäre ich nicht da ein franzünder wir sind wieder beide oh ich habe einen punkt ich auch nee gar nicht was 201 hast du einen kill gemacht für ein punkt mehr als vanessa ja frank ist besser er hat einen punkt mehr hallo ja ist klar der ist so bösartig und das heißt auch hier sie hat mich schön gemacht scheiß perspektive ich hasse es ist kein unentschieden das gibt es einfach nicht ich bin sprachlos das gibt es nicht das gibt es nicht das team wieder im gegner team ich weiß nicht warum ich mal mit ihr stehe aber ich habe keine ahnung ja der ist doch ein fakt seien wir doch mal ehrlich ewig nimmst du mich mit oder ich dich wie auch immer was wie bitte nicht gas elektrisch so einer ist auf jeden fall der cafeteria mindestens schön rennen jetzt höre ich ihn krabbeln ob der ist hier oder unten ja schön unten bin mir aber nicht sicher kannst du mal reingehen riechen scheiße ich hatte dich markiert ich hatte dich markiert war aber nicht schlecht dachte das wäre curry nein das war ich ich durfte alleine sterben ja last man standing hat keinen bock auf mich okay ich verstehe dich als tp zuerst ich treffen würde in der cafeteria oben habe ich ihn zuletzt gesehen ja ich habe vanessa hier auch schon gesehen so ist es nicht hat ja keinen bock auf mich wie gesagt ja hallo macht ich sie muss ja nicht immer die gleichen machen die tür auf guckt durch guckt kurz durch oder so ich will gerade auf sie schießen und sie geht einfach wieder du bist nicht der ösi da ist sie nicht hier so fixiert drauf und du bist auch nicht frank ich kuschel gerade mit dem esstisch und du warst gerade beim eszimmer auf der anderen seite also in der lobby oben richtig oder ich stand oben vor der tür mehr oder weniger ist das denn sollte das jetzt habe ich zum ersten mal darauf geachtet wenn sie eine granate in der hand nimmt fuck alter nein jetzt mal siehst du wenn sie stirbt nimmt sie immer ein mit prinzipiell ja sie hat mich zuerst gesehen leider wenn das so weitergeht dann haben wir zehn runden am ende meist könnte es ja auch einfach mal jemand wenn die roten sind ja das sollte dem zu denken geben ich habe ein kill also ich hoffe wenn ich im echten leben mal wirklich sterbe dass ich da die leute nicht in den toten mitreiße das wäre dann nicht mehr so würde es auf jeden fall nicht busfahrer oder pilotin oder sowas werden ja sie haben keine lust alleine zu sterben einer ist in der lobby ich renne gerade nach oben ich bin markiert worden ich hau ab sie lebt noch sie war noch bei sich im spawn scheiße damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass er da rausgerannt kommt warum rechnest du damit nicht weil er erst markiert hat und ich war außerhalb des radios ja jetzt können wir jetzt wieder im 05 weiter machen tp du nahkampf gegen mich okay das machst du nicht wirklich okay das macht ihr nicht wirklich das macht ihr nicht ich will das auch sehen Vanessa wir schießen nicht aufeinander so geht es auch so jetzt können wir uns wieder jagen ach Leute wie wir uns echt gegenseitig im nahkampf umlocken das ist nicht wahr ihr sagt ihr wart ja drüben jetzt ob beide tut du nahkampf gegen mich wie gesagt ich werde das in den aufnahmen durchzählen markiert er rennt hat weg der vanessa war aber auch nicht markiert ich glaube sie schießt mit der waffe die vorher benutzt habt ihr ist so viel genauer anscheinend hat sie mich einfach weggeznackt ja aber leider kein ranket jetzt verbessert das leider nicht in der karte ja wir bräuchten theoretisch noch zwei andere spieler mit dem es richtig wir müssen einfach nur warten bis die brasilianer offline sind einer ist hier da wo ich gestorben bin vielleicht da ist einer in der lobby jetzt sterbe ich eh wieder mit er ist markiert doch nicht wir sind immer kurz markiert wenn du stirbst aber nur für dich ist mir gerade aufgefallen krabbel 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 halt die fresse meint den zombie in der lobby ja die beiden sind bestimmt am rauben meint eigentlich wirklich den zombie da so komisch ich glaube irgendeiner hat den den arm gebrochen ja guck mal genau vor dir der krabbel doch so als wäre sein arm ok jetzt schadet er dich gerade an felk und das zombie machen anschauen wenn wir oh der krabbel schnacht dir der rechte arm ne ja der mitten in der lobby das siehst du oder ja das siehst du aus als wäre sein arm gebrochen ich glaube das ist es so ja oh jetzt wird er aggressiv hat er gebrüllt wie so ein löwe oh sie piet äh sie piet frank was denn der ging mal um keks och mann der arbeitszombie der ist nur noch brei schau mir vor das passiert mit dir du kriegst die kugel ab und jetzt ist brei nein 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 aber es ist echt unglaublich wie schn nein fass es nicht ich fass es nicht mehr nein also ich will es mal so sagen und vanessa scheint immer so in den letzten schuss noch ein headshot zu landen weil deine hp leiste geht so kurz weiter nochmal richtig runter alter warum der vanessa hat mehr punkte als ich die hat 2.000 punkte neun küls warum ich gehe richtig ab heute da kopf ne doch okay ich guck's mir an nur also auch vanessa beschießen jetzt wieder nicht aufeinander wir sind mal so freundlich gell ach fuck gut gemacht ach ne ich hab fuck gesagt nicht okay der falsche das hätte ich nicht machen sollen in dieser warte wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er alter fick dich geh weg ich hau an tschau 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 Ciao